Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute ist Thanksgiving, auf Deutsch das Ernte-Dank-Fest. Dieser Tag gilt in den Vereinigten Staaten von Amerika als ein Feiertag. Er wird immer wieder am 4. Donnerstag im November gefeiert. Es ist das wichtigste Familienfest und es werden oft Freunde und andere Gäste eingeladen. Mittelpunkt des Festes ist eine grosse Mahlzeit. Viele verbinden damit einen Troutan, der im Ofen zubereitet wird. Aber wusstet ihr das? Jedes Jahr wählt der aktierende US-Präsident einen Troutan aus, der verschont wird und zu Thanksgiving nicht verspeist werden darf. Die erste Troutan-Begnadigungszeremonie fand im Jahr 1947 unter Präsident Troutan, äh Truman, stolz. Frohes Thanksgiving! Tschüss! ... ... ... Vielen Dank.